dieses zum kauf angebotene renovierungsbedürftige fünf zimmer ein familienhaus befindet sich in mühlacker das im jahr 1912 erbaute objekt wird über eine zentralheizung beheizt das gebäude verfügt über einen balkon auf einer grundstücksfläche von ca 137 quadratmetern bietet das haus eine wohnfläche von ca 141 quadratmetern das objekt hat einen kaufpreis von 95.000 euro see immobilien management gmbh beantwortet gern ihre fragen